Erste Start im End nach Hochzeit, Alena Gerber heißt jetzt Fritz. Für Model Alena Gerber, 28, und Hex-Fußballer Clemens Fritz, 36, könnte das Jahr gar nicht besser laufen. Im August kam die gemeinsame Tochter zur Welt, danach ging es für die kleine Familie auf Europa-Reise und vor wenigen Tagen folgte die Hochzeit. Bislang hielt sich das frisch vermehlte Paar bedeckt, doch nun teilte ihr Glück mit ihren Fans, zusammen mit einem Hochzeitsfoto postete sie ein rührendes Start-Tement. Auf Instagram schrieb die strahlende Braut, dass sie und ihre Hochzeit geheim gehalten hätten, um den Tag erst einmal in Ruhe feiern und genießen zu können. Entschuldigt, dass ich erst jetzt Stellung dazu beziehe, ihr wisst ja schon von uns, dass wir unser privates Glück auch gerne privat halten. Trotzdem sei sehr froh, dass nun alle über die Hochzeit Bescheid wüssten. Wir sind unglaublich stolz und über alle Massen glücklich und so müssen wir keine Heimlichtuereien an den Tag legen. Doch das ist nicht die einzige Botschaft an ihre Fans. Das Model habe sich, entgegen der Empfehlung ihrer Berater und Agenten, dazu entschieden, den Nachnamen ihres frisch vermählten Ehemannes anzunehmen. Sie heiße ab sofort Fritz. Denn wir sind eine Familie und das ist mir wichtiger als irgendetwas, das ich mir aufgebaut habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.